Hallo Leute draus, nächster einsame Wanderer. Ich habe hier schon wieder so viele Artikel, wo ich so einen Hals kriege. Ich kriege dich Puls, ne? Was ich hier wieder alles überlese, ist unglaublich. Ich will ganz kurz mit euch mal reingehen bei NTV. Terrorgefahr ist laut Verfassungsschutz hoch, wie lange nicht, folgendes Nahostkriegs. Achso, die Terrorgefahr ist hoch wegen des Nahostkriegs. Naja, da gucken wir nochmal rein, ob man das vielleicht nicht noch ein bisschen anders sehen könnte. Hintergrund hier ganz kurz. Uns wurde im Prinzip jetzt gesagt, staatlicherseits, dass wir in der höchsten Warnstufe jetzt sind vom Verfassungsschutz. Und ja, dass hier ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt, angeblich von zwei Jugendlichen, gegebenenfalls mit Verbrennung und mit LKW verhindert wurde. Das könnt ihr alles in der Presse lesen. Äh, ja. Gut, Angst schüren ist immer gut, ne? Da muss man auch mal gucken. Aber ich gehe trotzdem mal in den Artikel rein. Das ist jetzt erstmal so diese Gemengelage, die wir haben. Und dazu hat gestern der... oder gab es dazu gestern eben Angaben. Und mit denen möchte ich einmal kurz aufräumen, weil das ist so, wie es dargestellt wird, meiner Ansicht nach, nicht ganz richtig. Der Krieg in Israel und Gaza wirkt sich auch in Deutschland massiv aus. Laut einem Verfassungsschutzbericht ist die Terrorgefahr so hoch wie lange nicht mehr. So würden radikale Netzwerke zu Attentaten aufrufen. Zudem vereint das Feindbild Israel verfeindete politische Milieus. Ähm. Interessant. Also der Nahostkonflikt ist das Problem. Ja, aber das ist doch ganz woanders. Ach nee. Die Leute sind ja bei uns. Stimmt. Warum sind denn die bei uns? Ach ja, weil die Grenzen offen sind. Und weil einfach nicht kontrolliert wird, weil nicht jeder rein kann. Und es völlig egal ist, den jeder auch den deutschen Pass hinterher geworfen bekommt. Mensch. Jetzt fällt es mir ein. Warum steht denn das hier nicht? Nee, nee. Nee, ist der Krieg, der ist schuld, ne? Also nicht, dass wir eine verfehlte Einwahrungspolitik haben. Na gut, lassen wir mal so stehen. Der terroristische Angriff der Hamas in Israel und die israelische Offensive im Gazastreifen haben die Terrorgefahr in Deutschland nach Einschätzung des Verfassungsschutzes erheblich erhöht. Ich gebe aber zu, dass es in Zürich so ist, ja. Aber die Wurzeln liegen woanders. Das Gefahrenprozess hat bemügliche Terroranschläge gegen jüdische und israelische Personen und Einrichtungen sowie gegen den Westen insgesamt ist in der Folge deutlich gestiegen. Heißt es in einer aktuellen Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Interessant, weil die beiden Knaben, die da jetzt verhaftet haben, hatten angeblich auch gegen den Westen Anschläge vor. Das ist schon immer wieder erstaunlich, wie gut das zusammenpasst, wenn eine Pressemeldung kommt und danach was passiert. Unter Dschihadisten beobachtet der Inhaltsnachrichtendienst nach eigenen Angaben Aufrufe zu Attentaten unter anderem der Terrorgruppen Al-Qaida und Islamischer Staat an den Norostkonflikt. Verfassungsschutz-Präsident Thomas Heidenwang sieht hier unter anderem das Risiko einer Radikalisierung vor allem allein handelnden Tätern, der Lone Wolf, die sogenannte weiche Ziele mit einfachen Tatmitteln angaben. Er betonte, die Gefahr ist real und so hoch seit langem nicht mehr. Wie gesagt, es ist so einfach. Wir können eigentlich froh sein, dass noch nichts Großes passiert ist. Es ist so einfach. Wir haben es auch in Frankreich gesehen oder so. Es wäre so einfach. Wenn man es wollte, es wäre so einfach. Das ist eben das Schlimme hier. Ja, und die Radikalisierung, diese Spontanradikalisierung, die wir jetzt wieder haben, auch hier wird wieder verschwiegen, dass du dich nicht spontan radikalisierst, von heute auf morgen, sondern dass hier natürlich eine Sozialisierung gelegt wird, eine Kultur gelegt wird, eine Religion gelegt wird, die über viele Jahre wirkt und die dann mit einem Anschluss von außen zusammen dieses Potenzial ergibt. Antisemitismus und Israelfeindlichkeit sind verbindende Elemente zwischen Islamisten, deutsch- und türkischen Links- und Rechtsextremisten und Anhängern extremistischer palästinensischer Organisationen zu halten waren. Ich fordere hier noch die Rechtsextreme aufzuführen. Ihr habt doch vergessen. Mehr Kampf gegen Rechts, bitte. Wollte ich nur mal gesagt haben. Politische Lage innerlich gespalten. Das gemeinsame Fight mit Israel bringt zwischen einem dieser Akteure alte, aber auch neue Verbindungen hervor, die künftig in Einzelfällen zu einer stärkeren Zusammenarbeit führen könnten. Allerdings sei sowohl die Links- als auch die rechtsextremistische Zähne zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Positionen gespalten. Deutsche Rechtsextremisten nutzen die aktuelle Situation zur Agitation gegen Muslime und Migranten, erklärt der Verfassungsschutz. Die bösen Rechtsextremen. Genau. Was sind die gemein? Nicht, dass Leute wie ich, und ich bin bestimmt rechtsextrem für die NTV, irgendwas mit der Migrationspolitik kritisieren würden und gar nicht so antisemitisch sind, wie man uns immer vorhält, sondern einfach nur kritisch denken. Gut, dass wir hier NTV haben, die uns die Welt erklären. Da bin ich froh. Sonst hätte ich nachher was Falsches gedacht. Über das dschihadistische Spektrum hinaus sei zudem eine gestiegene Polemik zu beobachten, die die Muslime und die Palästinenser als Opfer des Westens darstellt und in Teilen deutlich antisemitische Beiträge beinhaltet, so die Verfassungsschutzanalyse. Die Sicherheitsbehörden würden mit Hochdruck arbeiten, um die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in israelischen Einrichtungen auch groß veranstaltet zu wahren. Habt ihr mal die Zielgruppe angeguckt, die da genannt wird? Also die bösen Palästinenser quasi und die armen Juden, die geschützt werden müssen. Entschuldigung, das muss der deutsche Staat hier und theoretisch sollte das deutsche Volk geschützt werden. Das ist ja schön, dass ich die Juden schütze. Das ist völlig in Ordnung, finde ich richtig. Aber mir fehlt hierbei, dass die eigene Bevölkerung geschützt wird. Aber die ist keine Zielgruppe. Ich meine, Volk gibt es ja eh nicht, wissen wir ja. Das gibt es nur bei anderen. Also Volk gibt es nur bei anderen. Ja, palästinensches Volk bei den Linken und so, das gibt es natürlich. Aber deutsches Volk gibt es natürlich nicht. Naja, das ist schon... Ja, es gibt Volksverletzung, aber kein Volk. So ist es eben und dementsprechend ist Deutsch hier irgendwie keine Zielgruppe zum Schutz scheinbar. Also jedenfalls wird es hier irgendwie nicht wirklich von MTV betitelt. Anhänger der palästinensischen Hamas und der libanesischen Esbola hielten sich allerdings zurück und tauchten auch bei pro-palästinensischen Demonstrationen nicht als Gruppe auf, da sie sich in einem deutlich staatlichen Verfolgungsdruck ausgesetzt sehen. Für beide Gruppierungen gilt in Deutschland ein Betätigungsverbot. Ja, aber sie sind trotzdem hier und machen es. Also das ist hier wieder nur die Hälfte der Wahrheit, was hier gemacht wird. Fakt ist, die Leute sind alle hier. Wir haben sie reingelassen und wir schieben sie auch nicht ab. Und wir verschleiern die Taten auch noch und betiteln jeden, der Passdeutscher ist, als Deutschen offiziell, um zu verschleiern, was schlimm gelaufen ist. Und ich bin sicher, dass der Staat auf gewissen Straftaten auch einen Finger drauf hat. Wenn wir was erfahren, dann weil wir es sollen und weil es unsere Meinung bilden soll. Das dürfte jetzt bei der Geschichte mit den zwei Jungs da, dem Buben da, genauso sein. Von daher wieder, ist es nur die Hälfte der Wahrheit, ist es Augenwischerei, ist es bewusste Manipulation. Entscheidend selber, schreibt es rein. Aber Fakt ist, wenn wir solche Leute konsequent abschieben würden, dann bräuchten wir keine Merkel-Poller. Ach, übrigens, Mensch, die Merkel-Poller haben wir dieses Jahr nicht das erste Mal vom Weihnachtsmarkt aufgebaut. Also die, die gibt es schon länger. Und nicht erst seit des Israel-Hermas-Konfliktes. Naja, ich freue mich drauf, wenn ihr kommentiert und ja, bitte liken, teilen, etc. Unten in der Textbox und alle wichtigen Links, auf bald, euer Wanderer.